ha leute hier ist wieder chomp so jetzt werde ich die runde von eben weiterspielen ich habe jetzt mal eine pause von über zwei stunden gemacht hab mal ein bisschen zusammengezockt mit meiner madame zusammen ähm jetzt werde ich das hier fortführen ich weiß gar nicht mehr worum ich stehen geblieben ach doch ich bin dran meine also ist jetzt mein turn so werde ich die anheiten auswählen wie gesagt es ist ein unheimlich langes spiel weil auch sehr viele einheiten äh ja verfügbar sind beziehungsweise ich ja gegen sehr viele einheiten kämpfen muss so die sind jetzt abgehauen oh gott das wird doch nichts ich wollte das halt nur beenden damit ihr das noch sehen könnt wie das aussieht so ich glaube hier unten werden wir aufgeraucht bin mir aber nicht sicher ok ich gehe hier hoch nein der verweigert sich dieses a bedeutet wohl autonomie ich habe keinen bock mehr schätze ich mal oh man ich weiß nicht wo bewegen wir uns hin gehen wir mal jetzt hier hin oh wieso schieße ich da rauf daneben ist auch die einheit naja ok immer noch sehr viel übrig wir machen hier erstmal weiter null prozent aber das hat wohl was mit treffer chancen zu tun auf null was heißt denn dieses null irgendwie sehe ich hier noch nicht ganz durch aber ich muss auch ehrlich sagen das ist auch nicht wirklich so meine art mein spiegel so so die verweigern sich auch ja es war schön dass jeder macht was er will das sieht nicht gut aus ganz im ernst hier mir ist alles ihm egal da können wir nicht angreifen schade wir werden mal versuchen hier oben wieder zu verstärken Sturmangriff ach wieso greift der da oben an egal das ist so ungefähr wie ja der hat ein befehl gegeben aber der war scheiße also machen wir eh was wir wollen so die halten sich da immer noch oben auf so die halten sich da immer noch oben auf so die halten sich da immer noch oben auf wie kommen wir hier weiter hier oh gott wir wurden besiegt verdammt und nochmal besiegt wir sind nicht gut dran wir sind echt nicht gut dran wir sind auch noch so viele übrig das ist ja Wahnsinn wir sind auch noch so viele übrig der kann hier nirgendwo angreifen ist das wahr ne ich will hier eigentlich weiter runter wieder jetzt sieht es denn hier aus das muss doch langsam mal fertig werden ok wir bleiben da oben wir ziehen jetzt hier rüber so jetzt habe ich glaube ich gezogen mit allen das ist richtig lange rum in der runde wahnsinn damit hätte ich auch nicht gerechnet also angezeigt wurden dass man maximal 21 Züge machen kann so wie ich das mitbekommen habe und wir haben gerade mal 10 durch also 10 natürlich die eigenen Züge jetzt nicht die vom Gegner das ist klar aber wir sind echt fertig hier die machen uns 10 über und auch das wird noch eine ganze Weile dauern hier Wahnsinn da fehlt mir auch ein bisschen die Geduld zu dann gebe ich ganz ehrlich zu so behaupten wir mal was hier abgeht ja die Legio die sind sehr sehr auxiliary cavalry beritten oh die haben das Ding fertig gemacht hier mit das häufigste wort was ich die ganze Zeit sage Wahnsinn Wahnsinn auch weg die kloppen hier alles zu brei ich weiß vielleicht kann man es noch drehen aber ich glaube wir sind im Moment in der Unterzahl guckt euch das an Wahnsinn oh Gott das sage ich schon wieder ja das ist ja echt schräg was hier so abgeht ach so ich war nicht nur Töckling die ganze Zeit ja wie man ein bisschen Schaden drauf jetzt ist echt viel was 1 und 4 unterbrochen die machen gar nichts mehr 0 0 ist auch nicht viel aber ich vorhin schon gesagt Oh du hast das stummere Wurf na komm Er kann nirgendwo angreifen kann der noch irgendwas hier Gucken wir mal hier sind noch 95% und hier sind es noch 92 Lohnt sich etwas so oder so Angreifen 100 Das ist nicht schlecht Die machen auch nichts mehr hier So, die ziehen sich alle zurück Das ist viel, ey Ich weiß nicht Viel ist hier nicht los Oder nicht mehr, sagen wir es so Ich bin etwas verwundert Weil ich mit denen nicht angreifen kann Wie viel sind es hier noch 932 747 Oh Gott Wahnsinn Echt jetzt Fragmentiert Also das ist so Wie man hat noch Truppen Aber eigentlich ist das So So nichts sagen Was noch übrig ist Hier sind noch Über 1000 Ich glaube ich habe das Spiel einfach nicht verstanden Zum Ernst So ich glaube ich war mit allen dran Witterpicks Must attack Witterpicks Das ist wirklich schon schräg Jetzt klopfen sie alles weg Und ich denke mal Das hier ist auch bald Feierabend Besiegt Besiegt Ja nochmal besiegt So sieht es aus Da ist nicht mehr viel los Was ist hier Wo ist denn hier auch noch da Die Legio Und besiegt Ist das abgefahren Also es hat wirklich viel damit zu tun Natürlich wie man seine Truppen platziert Wie in jedem Spiel Aber ich hätte vorher vielleicht versuchen sollen Mehr einzukesseln hier Und offensichtlich Hat das so nicht funktioniert Dass ich dachte Ich baue mir halt eine Linie auf Und Kloppt dann alle Also überhaupt Wie so eine Fahrbare Mauer Oder eine mobile Mauer Ich wurde besiegt Hade ich mir schon fast gedacht Ich hatte 26.000 Aber die Römer haben immer mehr Komischerweise Oder Also echt schräg irgendwie Immer mehr Gut Machen wir hier erstmal Schluss Ich nehme eine Folge noch auf Weil ich will mir jetzt Ich suche mir jetzt echt Die leichteste Karte Die ich finden kann Oder ich versuche Ich nehme eine der leichteren So Eine der leichteren Karten Und ich will endlich mal gewinnen Das kratze in meinem Ego hier Also Bis zur nächsten Folge Leute Tschüss